Servus liebe Löwen-Fans, danke Dennis für die Nominierung und jetzt zeige ich euch, wie ich mich zu Hause fit halte. Am Morgen starten wir mit einer kleinen Krafteinheit. Am Nachmittag geht es weiter mit einer intensiven Laufeinheit. Zum Abschluss des Tages werden wir beide noch eine Einheit zur Entspannung absolvieren. So liebe Löwen, jetzt hattet ihr einen kleinen Einblick in meinen Tagesablauf, wie ich mich zu Hause fit halte und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich ein Rind zu Hause fit hält und sein Tagesablauf ist. Deswegen nominiere ich als nächstes Simon Zevins.